oh mein gott leute was war das für ein headshot alter nein hab ich nicht gemacht man da muss auf jeden fall klippen der war zu geil ich so wie habe ich das gemacht auf bearbeitet und patsch alter genau getroffen komm runter den klipp ich erstmal leute den klippe ich den klippe ich